Es geht über sportliche Leistung und man muss ganz ehrlich sein, natürlich gab es jetzt diesen Skandal, in Anführungszeichen, wo er sich dann fehlverhalten hat vielleicht und heute jetzt für diese zwei Spiele aus dem Kader genommen worden ist. Aber ganz klar muss er sportlich auch zulegen, auch in Wolfsburg sportlich zulegen. Und wenn er sportlich zulegt, ist Jogi Löw der Letzte, der ihn nicht mitnehmen möchte. Da bin ich sicher, dass er ihn mitnimmt, weil er weiß, es ist der Kapitän, es ist der Leader. Und du brauchst solche Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben den Platzen, die einfach auch Verantwortung übernehmen, auch die eine gute Stimmung erzeugen und die richtige Stimmung auch erzeugen. Und da ist gerade Bastian Schweinsteiger mit seiner Erfahrung eigentlich wegzudenken aus diesem Team. Und Mario Götze braucht man keine Angst haben. Also der Junge ist ein guter Fußballer. Da bin ich mir sicher, dass er eine ganz wichtige Rolle bei der Europamannschaft spielen wird, weil Jogi Löw schätzt ihn, braucht ihn auch fürs Team. Und ja, was bei Bayern dann passiert, das wird man dann sehen.